Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Feed the Beast mit Andy und Jule. Servus. Hallo. F5. Hallo. So. Also. Ich glaube wir nicht umgehen, aber wir hatten eben schon mal versucht, ob zu nehmen, da er hatte aber Vince ein technisches Problem. Deswegen nicht wundern wir, wenn bei ihm die Qualität vielleicht etwas schlechter ist als gewohnt. Ja. Jetzt kann ich das ja... Kann auch sein, dass ich dieses Video leider nur in 720p rendere, da ich nicht weiß, wie das auspixelt und so. Ich habe zwar gerade geguckt, das sieht ganz gut aus, aber abends wirft das doch relativ viele Pixel. Ich weiß nicht, woran das liegt. Egal, wir hoffen einfach mal, dass das so klappt und ich entschuldige halt die Lags und wenn es halt scheiße aussieht. Ich versuche bis nächstes mal eine Lösung zu finden, vielleicht mit einem anderen Aufnahmeprogramm, denn wenn ich Fraps habe, dann kann ich ja gerade mal meine Mausgeschwindigkeit hochstellen, dann sah es ungefähr so aus bei Aufnahme. Also, ich glaube nicht, dass das so im Interesse ist. Genau, unser Plan heute ist der, unter anderem der Industrial Plast Furnace, dann noch eine Blade Bending Machine und... Und noch irgendwas, was ich gebraucht habe, ich weiß es nicht mehr. Ja, können wir auch gerade mal hier ins Konzept gucken. Das ist die Blade Bending Machine, die ist eigentlich relativ lieb. Ach genau, einen Kompressor brauchen wir noch mehrere. Ja, genau, das ist unser Plan, dass wir endlich mal mehr Solarpanels haben als die 15, die wir aktuell haben. Und dann wollen wir auch noch mit Geothermereienergie eventuell heute anfangen. Und ja, das ist auf jeden Fall erstmal der Plan. Ich habe zwar vorhin noch auf mir aufgeschrieben, ME-System, aber ich glaube, das wird heute nicht, da wir nur eine Stunde aufnehmen. Dass wir euch über die Woche noch mit Parts versorgen können. Genau, da ich weg bin und so, ja. Ja. So, dann fangen wir mal an. Alles meine Schuld. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Furnace an, oder? Ja, wir fangen mit dem Furnace an. Und ich habe endlich ein funktionierendes. Und dann sehen wir nicht mehr aus wie ein Panda. Das ist schön. Ja. Hat jemand, oder möchte jemand mir mal bitte zwei, ähm, Ne, drei Kompressor. Ach, jetzt haben wir gar nicht, äh, hast du dir gemerkt, wann wir angefangen haben? Ja, neun nach. Versuch, acht nach. Kannst versuchen, einen Kompressor zu craften. Nur einen, Julio. Ja, drei. Also, ich werde hier auf jeden Fall... ...fleißig sein. Genau, ich werde hier auf jeden Fall... ...fleißig am Arbeiten sein. Julio, wenn du Copper Cable craftest, oder... ...warte, soll ich die Card? Ja, ich crafte die mal eben. Haben wir noch Kupfer? Ja. Robber hatten wir auch noch irgendwo. Ah, gut, er macht Refinet, Ivan. Hallo. Ah, wir haben ja schon ein paar Kühe, cool. Kann ja auch wieder was zu essen machen. Ja, 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 vorhin. Ich habe sie sogar schon einmal gepaart. Das ist schön. Ich habe mal was Positives gemacht. Was soll denn das jetzt heißen? Ja. Das brauchen wir... Was sie sonst nur Scheiße gemacht hat. Oha. Ja, obwohl, wir haben jetzt... Obwohl, ich habe ordentlich Eisen gefarmt. Ja, das stimmt. Fast so gut gemacht, offscreen. Ja, natürlich, Julio nimmt ja nicht auf. Daher ist sie auch ein bisschen offscreen hier unterwegs. Und Andy ab und zu auch. Ja, okay. Denkst du da eigentlich dann immer. Was ich eigentlich gar nicht schlimm finde, wenn man so ein bisschen offscreen macht, weil das Farmen dauerhaft ist. Das ist bestimmt auch für euch langweilig. Darf ich das Copper Cable rausnehmen? Aber weißt du, was man da eigentlich machen könnte? Was? Entweder man macht einen Livestream. Ich stream irgendwie mal. Und wir machen einfach mal so Farming. Oder... Man nimmt es auf und verschnellt. Man macht einfach einen Speed rein. Mal 10 oder so. Ja, auch Möglichkeit. Dass man jetzt nicht alles wirklich auslässt, weißt du? Streaming fände ich ja eigentlich perfekt. Ich muss nichts hochladen. Es wird live enkodiert. Ja, streamen fände ich ja auch. Streaming kannst du auch, genau. Warum nicht? Ja. Warum nicht? Denk ich mir dann nur. Oh, wir warten jetzt, dass hier das Rubber Patch ist. Wir brauchen... Ja, wir haben noch Rubber. Ich sag nur 24 Stunden streamen. Ja, müssen wir irgendwann wieder einen machen. Pennt der einfach ein, Alter. Das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Ist auf einmal weg. Andy? Keine Antwort. Halbe Stunde später. Andy? Oh Gott. Hier, Revel Night Iron hast du, du. Ich habe jetzt gleich neun Stück zusammen. Okay. Für den dritten Geschwindel. Darfst du mir erst mal acht Stück abgeben? Willst du mich? Oh, Gang Gang. Warte. Pack dir da jetzt einfach nochmal acht Stück in den Ofen und dann darfst du warten. Ganz einfach, das ist jetzt mein dritter Maschinenblock. Nö. Ja, ich brauche einen Maschinenblock. Ja, ich habe dir da reingetan. Den Rest musst du warten. Kann man hier eigentlich auch Hühner miteinander paaren? Also ohne Eier. Ja, du kannst glaube ich mit Samen paaren. So, hier. Einen habe ich sogar noch für dich. Ein Maschinenblock. Nein, ein Raffinite. Oh, 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 oh. Ah, nice, das klappt. Perfekt. Danke, Jule. Ach so, übrigens die Hintergrundmusik. Dank Andy's Musikbord hier. Namens KST Beats, oder? Ja, KST Beats, genau. Genau, danke für die Lizenzen hier und so. Ja, für die freie Musik. Genau, dass man die benutzen darf. Ja. Äh, WTF, was hast du hier gemacht? Was, wo? Mit der Blue Electric Dings da. Ja, nicht alle, die sind nicht alle. Ja, was hast du damit gemacht? Ich will sagen, das sind alle Kappa-Inkelzweck. Oha, Alter. Die sind hier vorne im Crafting-Table, Jule. Andy, wie viel zappst du an Energie ab, bitte? Äh, alles irgendwie für die Maschine. Darf ich mir Kappa-Cable nehmen? Äh, warte. Nicht alle, aber du darfst die welche nehmen, ja. Oder doch, kannst die ruhig, glaub ich, erst von anderen nehmen. Ich brauch noch ein Kappa-Cable, Fibi dann. Ja, ja. Hier da hinten ist irgend so ein Energieschleuder. Jule aus. Okay, ich nehm mir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was ist das hier, Andy? Nein, ich weiß nicht mein Ding, ja. Okay, toll. Was ist das? Weil ich in die Hanau sind auch noch ein paar Project-Tables, glaube ich. Hä? Was ist das da oben mit dem Sieb? Weil das sind Richter, kein Sieb. Geil. Du brauchst mal einmal ein Electronic Circuit für mich. Nein, die Kraft ich habe. Andy, brauchst du was zu essen? Was? Du brauchst was zu essen? Achso, du wolltest mir was geben. Wir lassen uns die 5 Kartoffeln wiedergeben. Wie geil. Ja? Dieses Ding hier. Ja, ja. Richtig geil. Ja, ja. Gib mal bitte die 5 Kartoffeln wieder, die ich dir jetzt zugeschmissen hab. Wer ist hier wieder? Ich hab nur 1, 2, 3, 4, 5. 6 Stacks. Ey, wir wollen in der Kiste. Ne. 5 Stacks und 10 Kartoffeln im Inventar. Nur ich brenne die jetzt. Also 1 Stacks zumindest. Jule, wir reißen ein Electronic Circuit. Und Jule darf dann auch das Feld bepflanzen. Haben wir noch Rubber? Ja, das suche ich gerade. Also hier ist ein Rubberwood. Ja, deswegen bin ich... Hast du ein Electronic Circuit schon gemacht? Nein. Was Rubber? Hä? Wir haben, glaube ich, kein Rubber mehr. Deswegen wollte ich jetzt mir Extractor passen, dass ich Rubber verforme. Ja, ich... Ich hab noch... Also wir haben im ME-System noch Rubberwood. Ja, Rubberwood bringt mir jetzt aber nichts, weil ich den Rubber brauche. Also ich brauche... Also ich brauche... Ah, das arme ME-System. Oha, wir haben gleich kein Strom mehr. Warte, ich schalte es mal aus. Warte, lass mich noch kurz die Kartoffeln und so reintun. Hey, ähm... Ich mach das anders da. Kommt, äh... Jule, komm mal bitte mit. Ja, ja, ich hab hier zwei Bäume, die pflanze ich erstmal, bis wir Rubber haben. Dann mach ich den in Electronic Circuit und danach, okay? Jo, äh... Warte, ich kann ja schon einen craften. Warte. Ja, dann kann ich nämlich den Extractor basteln. Ähm... Ja, 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 kriegen wir hier einen ein. Jo, gut. Nee, ich hab gerade... Hast du die Redstone? Hast du das Redstone noch? Äh, ja, das liegt hier in dem Crafting Table bei mir. Okay, danke. Ähm... Genau, wir sind heute mal wieder voll im Arbeiten, äh, Jule. Guck mal...